Liebe Zuseherinnen und Zuseher, wenn man die Medienberichte der letzten Wochen und Monate mitverfolgt hat, ja dann hat man ja fast das Gefühl, es gibt kein anderes Thema mehr als Corona. Den ist aber nicht so, denn auch abseits der Corona-Krise tut sich einiges. Und darüber wollen wir heute mit unserem Klubobmann Herbert Kickl sprechen. Lieber Herbert, vor genau fünf Jahren tätigte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel ihre legendäre Aussage. Mit den Worten, wir schaffen das, tätigte sie quasi eine Einladung an tausende Migranten, sich am Weg nach Europa zu machen. In den darauffolgenden Tagen spitzte sich die Lage dann auch an den österreichischen Grenzen dramatisch zu. Wir kennen alle noch die Bilder von der ungarischen, österreichischen Grenze zum Beispiel. Und im Jahr 2015 wurden rund 90.000 Asylanträge in unserem Land gestellt. Jetzt meine Frage an dich, fünf Jahre nach dieser Aussage, haben wir es wirklich geschafft? Also wenn ich diesen Satz höre, dieses wir schaffen das, dann steigen wir heute noch die Grausbirnen auf. Einfach deshalb, weil das Einzige, was Merkel und all diejenigen, die das in einer verantwortungslosen Mischung aus Naivität und mangelnden Problembewusstsein vorangetrieben haben, das Einzige, was sie geschafft haben, ist eine Beschleunigung des Abschaffungsprozesses von uns selber. Das, was also Sarrazin so treffend auch beschrieben hat mit Deutschland schafft sich ab, das gilt ja für ganz Europa, denn diese sogenannte Flüchtlingsbewegung, die ja nichts anderes gewesen ist, als eine organisierte Massenmigration, hat uns wirklich über die Grenzen unserer Leistungsfähigkeit hinausgebracht. Und es ist in gewisser Weise frustrierend, dann im Nachhinein zurückzublicken und zu sehen, dass zum Beispiel unsere Bemühungen auf strafrechtlicher Ebene, die damals verantwortlichen Regierungsmitglieder in Österreich, Bundeskanzler Faymann zum Beispiel, aber natürlich auch den späteren Bundeskanzler Kern, der sich ja als ÖBB-Chef als Schlepper betätigt hat, mit den Mitteln der Strafjustiz zu belangen, dass das alles ohne jedes Ergebnis verlaufen ist. Also auch dort wird man dann sehr, sehr skeptisch und sieht, wie sich die mächtigen Netzwerke alle miteinander schützen. Ja und auf europäischer Ebene hat ja nach einem kurzen Intermezzo, wo Regierungsbeteiligungen von rechten Parteien, die die Verantwortung gehabt haben im Asyl- und im Migrationsbereich, doch einen Kurswechsel zustande gebracht haben, die haben ja dann bald auch der Vergangenheit angehört. Also ich bin davon überzeugt, dass sehr, sehr viele Kräfte freigesetzt worden sind, auch im internationalen Verbund, um diesen Regierungen den Garaus zu machen. Und so sind wir heute wieder genauso naiv unterwegs, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Vor 2015, die Handelnden sind die gleichen und auch die Verantwortungslosigkeit ist die gleiche. Wenn ich einen optimistischen Ansatz herauslesen darf, dann zeigt es eigentlich, das haben wir auch gesehen, 15 folgende auch in Österreich, aber zum Beispiel auch mit jemandem wie Salvini in Italien, dass wenn sich ein paar finden, die den Mut haben, die Dinge quasi vom Kopf wieder auf die Füße zu stellen, dem Hausverstand zum Durchbruch zu verhelfen in dieser Frage des Abwehrs, der Abwehr der Massenmigration, dann geht auch etwas weiter. Also so gesehen würde ich dann doch noch einen positiven, einen optimistischen oder eine optimistische Zusammenfassung wählen. Vielleicht kommt ja noch einmal die Zeit, wo wir dann noch einmal eine solche Gruppe finden, die das Ruder herumreißt. Es wäre notwendig im Interesse der kommenden Generationen. Als Innenminister hattest du ja den Mut, hier eine wirkliche Trendwende zu schaffen. Du hast wirklich viel umsetzen können als Innenminister. Du warst es, der dann diese strenge, unstrikte Asylpolitik in Österreich doch etabliert hat. Und dafür sind dir die Menschen auch noch nach wie vor sehr dankbar. Wir waren ja mit dir im Nationalratswahlkampf in ganz Österreich unterwegs. Und auch letzte Woche, wo wir mit dir in Wien unterwegs waren, haben uns die Leute wieder gesagt, sie sind so dankbar, dass du Innenminister warst. Du warst der beste Innenminister der Zweiten Republik. Und sie würden sich wirklich wünschen, dass du als Innenminister zurückkommst. Wenn du jetzt zurückdenkst an deine Zeit als Innenminister, was war dir da besonders wichtig, gerade in der Asyl- und Migrationspolitik? Also ich hätte ja noch viel vorgehabt. An mir ist es nicht gelegen. Und ich glaube, wir hätten schon noch einiges zum Besseren verändern können für die Bevölkerung. Ich glaube, das Entscheidende war der grundsätzliche Zugang zur Problemlage. Es ist ja auch bei diesem Thema in der Vergangenheit so gewesen, dass eine linke Blase, eine elitäre Blase, Leute, die sich ganz gut richten können und die von diesen unmittelbaren Folgewirkungen der Massenmigration eigentlich nicht wirklich betroffen sind, den Ton angeben. Das sind nicht die meisten, aber es sind die, die am lautesten schreien und die die Kommunikationskanäle eigentlich unter ihrer Kontrolle haben. Und dann gibt es die große Masse der Bevölkerung, die das ganze Elend auszubaden hat, die die negativen Auswirkungen am eigenen Leib erfahren. Und die haben halt keine Lobby und keine laute Stimme. Und mein Zugang war es eigentlich, den berechtigten Anliegen dieses Teils der Bevölkerung zum Durchbruch zu verhelfen. Und ich habe überall das Gefühl gehabt, schon vor 2015, dass die Leute diese Massenmigration überhaupt nicht haben wollen. Das hat sich nie jemand gefragt. Man hat immer so getan, als ob das quasi etwas Unabänderbares wäre. Und diesen Leidensdruck habe ich ernst genommen und versucht dagegen zu steuern. Nicht alleine, sondern mit einem guten Mitarbeiterstab. Ich glaube, bei einem sehr, sehr ambitionierten Regierungsprojekt. Oft auch gegen den Widerstand der ÖVP. Aber dafür wieder mit Verbündeten auf europäischer Ebene. Salvini habe ich schon angesprochen. Und das war, glaube ich, ein grundsätzlich anderer Zugang, sich nicht mit etwas abzufinden und zu sagen, das ist halt so, da können wir nichts machen. Sondern wirklich zu sagen, das gefällt uns nicht und die Politik ist dafür da, die Dinge zu verändern. Und etwas Zweites in dem Bereich. Mir war es halt auch wichtig, die Arbeit der Polizisten und die Arbeit der Leute, die im Fremden- und im Asylbereich, im Innenministerium tätig sind, diese Arbeit zu unterstützen. Das ist eine ganz, ganz undankbare Aufgabe. Aber dann noch als Buhmann hingestellt zu werden in der Öffentlichkeit, wenn man einen negativen Bescheid ausstellt. Ja, das war dann auch ein Punkt, wo ich sagen muss, da erwarte ich mir von einem Minister. Und so habe ich es dann auch versucht, dass man sich vor die Leute schützend hinstellt und sagt, das wird jetzt durchgezogen. Und jetzt ist Schluss mit diesen Extra-Wirsteln, die da von allen Seiten versucht werden, ins System hineinzubringen. Also keinen Promi-Bonus mehr, sondern eigentlich eine Politik für die breite Masse der Bevölkerung, für die schweigende, aber leidende Mehrheit. Jetzt wissen wir, dass die ÖVP sich gerne als die Hardliner-Partei auch in Sachen Migration und Asyl hinstellt. Aber ich würde gerne von dir wissen, wie schaut da die Realität aus? Du selbst hast es ja als Innenminister miterlebt. Wie schwierig oder vielleicht auch einfach war es da, die ÖVP von einem strengen und strikten Asylkurs zu überzeugen? Also das war ja über weite Teile ein großes Leiden mit der ÖVP. Natürlich hat Kurz dann sehr rasch erkannt, dass konsequente Maßnahmen, wie wir sie vorangetrieben haben, bei der Bevölkerung gut ankommen und hat dann nach außen hin auch in die gleiche Kerbe geschlagen. Aber viele Dinge, für die er sich dann später selbst gelobt hat, auch im Wahlkampf, die sind ja nur dadurch überhaupt auf den Weg gebracht worden, weil wir die ÖVP eigentlich vor vollendete Tatsachen gestellt haben. Also die Frage etwa, dass ein aufrechtes Lehrverhältnis nicht der Grund dafür sein kann, dass ein negativer Asylbescheid, wenn er rechtskräftig ist, außer Kraft gesetzt wird, dann ist abzuschieben. Da war ja die ÖVP bis zum letzten Tag ganz anderer Meinung. Aber wir haben einfach vollendete Tatsachen geschaffen. Und das Stimmungsbild in der Bevölkerung hat gezeigt, dass wir richtig liegen. Und das hat dann dazu geführt, dass die ÖVP dann auch umgesattelt hat. Und das wahre Gesicht haben wir ja dann gesehen, als ich das Innenministerium verlassen musste. Naja, da hat es ja keine 48 Stunden gedauert und wesentliche Maßnahmen waren schon wieder rückgängig gemacht. Also ich denke an die 1,50 Euro, die aus meiner Sicht immer noch zu viel sind. Es war ja schon ein Entgegenkommen gegenüber der ÖVP für Asylwerber dafür, dass sie ihre eigene Unterkunft sauber halten. Ich meine, das ist ja Witz. Das zahlt ja auch einem Klassenordner nichts dafür, dass er die Tafel löscht. Aber manche denken offenbar so. Und das nächste war das Ausreisezentrum, das dann sofort beseitigt wurde und so weiter und so weiter. Da ist ja nicht viel übergeblieben. Also das typische ÖVP-Phänomen, viel, viel mehr Schein als Sein. Und ja, außen hart und innen weich. Manchmal so weich, dass man es blind erkennt. Und dass das zu einer Toilettpapierwerbung passt. Ja, ich glaube, das fügt sich auch ganz gut ins Bild. Apropos Schein und Sein, das bringt mich auch gleich zu meiner nächsten Frage. ÖVP-Innenminister Nehammer hat jetzt offenbar bemerkt, dass sich türkische Erdogan-Spione in Österreich befinden. Und er hat jetzt wieder ganz hart gemeint, so etwas kann man in Österreich nicht dulden. Und da wird es auf jeden Fall Konsequenzen geben. Aber wird es da wirklich Konsequenzen geben? Oder ist das schon wieder nur so eine Ankündigung? Das sind diese berühmten No-No-Aussagen. Also ich finde keinen Mensch, der sagen würde, das gehört nach Österreich. Aber der glaubt dann nicht wirklich, dass er in der Türkei auch nur einen politisch Verantwortlichen mit einer solchen Aussage beeindrucken kann. Und das Gleiche gilt für die Repräsentanten der Türkei in Österreich. Die verstehen ja nur eine Maßnahme, wenn unmittelbar wirklich Konsequenzen folgen. Und das kann ja nur mal heißen, dass eigentlich heute schon der türkische Botschafter antanzen hätte müssen im Innenministerium oder noch besser beim Bundeskanzler, dass man jemanden ausweist. Einfach aufgrund der Tatsache, dass man das jetzt hier festgestellt hat und dass man auch andere Sanktionen gegen die Türkei sich überlegt. Also eine Möglichkeit wäre, keine Einbürgerung mehr von türkischen Staatsbürgern. Dann sollen die Türken bleiben. Das ist dann ein Problem, dass die Türkei mit sich selbst lösen soll, aber kein österreichisches, weil wir wissen, dass uns ohnehin mit Scheinstaatsbürgerschaften auf der Nase herum getanzt wird. Und das auch etwas ist, was von Erdogan und seinem Regime in Wahrheit befördert wird. Ich fürchte, davon wird nichts kommen. Und noch etwas ist mir wichtig. Ich warte jetzt dann drauf, bis der Herr Nehammer entdeckt, dass man sich eigentlich auf die Suche nach den Wegbereitern dieser ganzen Problematik machen muss. Dann wird er in der SPÖ, finde ich, werden. Bei denjenigen, die über Jahre eine vollkommen verfehlte Zuwanderungspolitik vorangetrieben haben. Davon haben hauptsächlich Türken profitiert, in vielerlei Hinsicht. Dann wird er aber auch in der ÖVP fündig werden, weil die ÖVP unter Kurz war diejenige Partei, die bei der Gesetzwertung des Islamgesetzes dafür gesorgt hat, dass die Lobbyisten des politischen Islam in den Gesetzgebungsprozess mit eingebunden worden sind. Und wenn man sich die ÖVP-Listen anschaut, na ja, vor allem auf der nachgeordneten Ebene in Wien, dann würde ich dann durchaus von einer gewissen Affinität zum Islam sprechen. Also da gibt es also auch sehr, sehr viel vor der eigenen Türe zu kehren und von den Grünen rede ich gar nicht. Also wenn man es ernst meint, dann muss ich auch Ursachenforschung betreiben. Kann ich nur ein Phänomen feststellen, dann vielleicht die eine oder andere Konsequenz ziehen. Ich bin eh davon überzeugt, er wird das nicht tun, sondern muss ich die Ursachen beseitigen. Und da sind wir halt dann wieder bei Maßnahmen, die ich der ÖVP nicht zutraue, einfach aus der eigenen Erfahrung heraus. Aktuell gibt es für die schwarz-grüne Regierung ja auch nur ein Thema offensichtlich, und zwar Corona. Kurz spricht ja liebend gern von einer zweiten Welle, vergisst dabei aber eine ganz andere Welle, die uns vielleicht schon bald wieder bevorstehen könnte, nämlich die Flüchtlingswelle. Wenn man jetzt beispielsweise nach Lampedusa blickt, da sind jetzt am Wochenende wieder 450 Menschen mit dem Boot angekommen. Die Lage dort droht fast tagtäglich zu eskalieren und auch in Griechenland schaut es jetzt nicht wirklich viel besser aus. Glaubst du, könnten wir schon bald ein zweites 2015 erleben und vor allem, ist diese Regierung darauf überhaupt vorbereitet? Also, dass da was auf uns zukommt, das liegt ja auf der Hand. Die Weltbevölkerung hat nicht aufgehört, sich weiter zu vermehren. Die Probleme, die dazu führen, dass die Leute ja nicht Asyl suchen, sondern aus wirtschaftlichen Gründen die Heimat verlassen und dann versuchen, irgendwo in ein Sozialsystem einzudringen oder sich irgendwo ein besseres Leben zu organisieren, die sind ja nicht aus der Welt. Die gibt es weiterhin. Und es ist in der Zwischenzeit eigentlich überhaupt nichts passiert, um das Asylsystem als solches auf die Höhe der Zeit zu bringen. Im Gegenteil. Es haben sich jetzt alle mit Corona mehr oder weniger herumgeschlagen. Teilweise ohnehin in einer Art und Weise, dass man sich nur mehr auf den Kopf greift. Und das hat alle politischen Ressourcen irgendwie gebündelt und da ist nichts mehr anderes übrig geblieben. Einzig und allein die Tatsache, dass es verstärkt Grenzkontrollen gegeben hat aus anderen Gründen, hat dazu geführt, dass die organisierte Schlepperei ein wenig gebremster agiert hat, als es in der Vergangenheit der Fall war. Aber das kommt wieder auf uns zu und das wird sich auch nicht aufhören, solange wir das System nicht umdrehen. Das ist ja mein altes Credo, wenn wir weiter so vorgehen, wie das bisher passiert, dass man jedem, der es irgendwie hierher geschafft hat, eigentlich allein aufgrund seiner physischen Präsenz in unserem Land oder in der Europäischen Union eine gute Erfolgsaussicht gewährt, auch hierbleiben zu können, solange wird sich das nicht ändern. Da braucht es einen radikalen Kurswechsel, einen radikalen Schnitt, die Bereitschaft, die Grenze nicht nur zu schützen, das ist ja nur ein besseres Grüß Gott sagen, so wie die Europäische Union sich das vorstellt, sondern sie auch wirklich, wenn es sein muss, unter einem Satz auch von Zwangsmaßnahmen zu verteidigen. Das ist ganz was anderes und zum Zweiten eigentlich ein Außerkraftsetzen von Asylanträgen in Österreich, am besten in der Europäischen Union, für diejenigen, die es dann doch über die Grenze geschafft haben und die nicht aus einem Nachbarland kommen. Da müssen wir hin. Ich werde nicht aufhören, dafür auch politisch zu kämpfen, auch wenn man dann dafür an den Pranger gestellt wird, von den Naivlingen, vom Dienst an der Spitze der Frau Merkel oder vielleicht auch Leuten, die wirtschaftliche Interessen verfolgen. Aber ich glaube, das ist dasjenige, was wir den kommenden Generationen schuldig sind. Und da sind wir weit davon entfernt, weit davon entfernt. Da ist sehr, sehr viel Geplänkel, viel Gerede auf Ebene der Europäischen Union, aber keine handfesten Maßnahmen. Und was die österreichische Regierung betrifft, ja, da höre ich es ja, dass das die ÖVP schon wieder so macht, wie man es vor meiner Zeit gemacht hat. Nach außen hin markiert man den starken Mann, das macht der Nehammer, und hinten herum werden die Dinge dann unter der Tuche entorganisiert und dann verschwinden die Leute halt wieder von den Listen der Abzuschiebenden. Dann werden wieder extra Würste gebraten. Da wird halt nicht darüber geredet oder es werden Leute ins Land geholt unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Niemand soll darüber reden und so organisiert sich das System. Und ich halte das für eine fatale Entwicklung und ich glaube, die Freiheitlichen sind die einzige politische Kraft, die hier nicht nur davon redet, dass wir das umdrehen wollen, sondern die auch in den eineinhalb Jahren der Regierungsverantwortung gezeigt hat, dass wir bereit sind, das zu tun. Auch gegen einen Koalitionspartner, der halt im Kern anderer Meinung ist. Es war ja auch der Migrationspakt, sind wir noch einmal bei der vorherigen Frage, es war ja eine Steißgeburt, dass man den Herrn Kurz überhaupt dazu gebracht hat, diese Enthaltung zu akzeptieren. Das ist ja für den, ja, wie soll man das sagen, das ist ja ein Kulturschock, sich auf so etwas einzulassen und plötzlich nicht mehr Liebkind auf der internationalen politischen Bühne zu sein. Viele deiner Maßnahmen als Innenminister wurden ja dann kurz nach deiner Zeit gleich wieder zurückgenommen. Du hast es ja schon angesprochen, beispielsweise in Dreiskirchen, das Ausreiseschild. Solche Aktionen machen doch Österreich für illegale Migranten wesentlich attraktiver, oder? Ja, natürlich. Mich wundert dieses, dass das eigentlich eine, dass diese ganz einfache Tatsache so wenig Berücksichtigung findet. Asylpolitik ist das Vertreten von harten Maßnahmen, von konsequenten Durchsetzen der Rechtsstaatlichkeit. Das ist etwas ganz, was wichtig ist. Und das hat auch eine wichtige Komponente im Bereich der sogenannten Symbolpolitik. Ich muss solche Dinge machen, weil diese Dinge in der Welt gehört werden. Und die Schlepper gehen immer den Weg des geringsten Widerstandes. Sie wollen das attraktivste Angebot. Dafür kassieren sie bei denjenigen, die bereit sind, etwas dafür zu zahlen, dass sie geschleppt werden. Und sie wollen den geringsten Widerstand. Und an beiden Schrauben muss ich drehen, wenn ich Österreich als Destination für diese Sonderform von Reisebüros quasi unattraktiv machen will. Und es ist eigentlich selbstverständlich, dass dann, wenn solche Maßnahmen wieder rückgängig gemacht werden, sich das ebenso schnell herumspricht. Und sagt, naja, jetzt geht es wieder wie früher. Und wir kommen mit unserem Anliegen durch. Und ich halte das für eine brandgefährliche Entwicklung. Und ich verstehe nicht, wie man als österreichischer Politiker, der dafür zuständig ist, auch nur eine Nacht ruhig schlafen kann, wenn man genau weiß, ich habe jetzt etwas rückgängig gemacht, was mir auch nur einen illegalen Meer ins Land bringt. Also ich hätte da keine ruhige Minute. Aktuell wird ja wirklich alles von der Corona-Krise überdeckt politisch. Und man muss ja auch irgendwie sagen, dass die schwarz-grüne Regierung aktuell von dieser Corona-Krise irgendwie profitiert. Denn aufgrund dieser Krise und diesem Zusammenhalt, den sie hier propagieren und nach außen tragen in der Koalition, gibt es ja wenig Konfliktpotenzial aktuell. Wenn es aber jetzt wirklich zu einer neuen Migrationskrise kommt und wirklich bald wieder Tausende vor unseren Grenzen stehen, glaubst du, geht es dann so, wie es zumindest nach außen wirkt, harmonisch in dieser Koalition weiter? Oder kommen dann die richtigen Konflikte? Schau, du hast jetzt etwas Wichtiges gesagt, wie es nach außen hin wirkt, weil ich glaube ja, dass da hinter den Kulissen die Fetzen schon ganz ordentlich fliegen. Das hat verschiedene Gründe. Das ist zum einen der unerträgliche Dilettantismus unseres Gesundheitsministers, der halt von einer linken Medienblase schön geschrieben wird, ja schon fast vergöttert wird. Das ist ein so ein seltsames Phänomen. Etwas zweites, was sicherlich nicht zur Harmonie in der Koalition beiträgt, ist die Tatsache, dass Sebastian Kurz das überhaupt nicht ertragen kann, wenn nicht nur er gelockt wird, sondern jemand anderer auch. Also da liegt unglaublich viel Sprengstoff schon in der Luft und ich glaube schon, dass sich das in immer kürzeren Abständen weiter potenzieren und aufschaukeln wird. Also so gesehen ist der Knatsch eh schon angerichtet. Und wenn da noch so etwas dazu kommt, glaube ich, dann wird es diese Regierung ohnehin zerreißen. In Vorerwartung offenbar von solchen Ereignissen hat man sich ja diese Klausel in den Regierungspakt schon mit eingebaut, dass die ÖVP dann mit anderen Parteien, es kann ja nur die freiheitliche Partei sein, in dem Fall dann irgendwelche harten Maßnahmen auch treffen kann. Aber da sage ich ja ganz ehrlich, wir werden sicher nicht die Kastanien für die ÖVP aus dem Feuer holen, weil ich ja auch weiß, dass die ÖVP im Fall der Fälle nicht bereit ist, die eigene Grenze wirklich zu verteidigen. Nicht ein paar Polizisten mehr hinzustellen, die dann alle durchwinken und registrieren und fotografieren und dann erst ins Land holen, sondern wirklich dafür zu sorgen, dass es eine Abwehr an der österreichischen Grenze gibt. Das wird mit der Volkspartei nicht passieren und deswegen wird es mit uns auch keine Zusammenarbeit geben. Dann sollen die Wähler entscheiden, bei uns wissen sie, wofür wir stehen, wenn Spitz auf Knopf geht, dass ein Staat auch bereit sein muss, Zwangsmaßnahmen zu setzen, wenn es um den Schutz des eigenen Territoriums geht, ist für mich eine Selbstverständlichkeit, für alle anderen ist es offenbar ein spanisches Dorf. Lieber Herbert, herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Man sieht deutlich, du fehlst als Innenminister in dieser Republik sehr. Danke dir. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, eines ist fünf Jahre nach Merkels Saga ganz klar, die Systemparteien haben nichts dazugelernt. Kurz, Nehammer und Co. sind definitiv nicht auf einen Migrantenansturm vorbereitet. Vielleicht erleben wir schon bald wieder Szenen wie 2015. Denn eines ist auch klar, mit dieser Regierung schaffen wir es nicht.